Spieltag 3 in the books. Wir schauen uns mal an, wer waren die Gewinner des Spieltags. Let's go! Ihr Lieben, mein Wochenende war gut. Stuttgart, ich bin Undav und Demirovic-Besitzer. Und für alle Stuttgart-Fans, Demirovic und Rida, die sind heute nicht dabei. Merkt euch die mal aber. Die haben nämlich einen absoluten Banger-Spieltag gerissen. Sind quasi dann vorweg genommen meine Gewinner 6 und 7. Gewinner ist auch Yasin aktuell. Der ist nämlich im Ligensystem von Liga-Insider mit dabei. In der Liga-Insider Liga 2. Und der hat einen Gruß an alle Seshko-Besitzer. Er sagt, durchhalten, es geht auch so. Wunderbar. Und so Leute, damit ihr mir hier nicht einschlaft, ich will ein neues Drip-Level. Und habe hier mal einen neuen Beat. Den mache ich hier direkt mal rein. Ich bin unterwegs und ich push Mercedes wie AMGs. Und da gehen wir mal rein. Ihr müsst den Beat fühlen, quasi wie diese Gewinner heute. Und damit gehen wir rein ins Video. Gewinner gibt es übrigens, by the way, auch heute bei Prime Video, bei Leverkusen. A Dream Comes True. Das ist die Leverkusen-Doku. Schaue ich mir nachher auf jeden Fall mal an. Und jetzt wirklich rein. Und wir starten mit Kawa Santos. Das ist der brasilianische Torwart bei Frankfurt, bei der Eintracht. Der kam nämlich jetzt rein. Und wer aufmerksam die Konferenz nämlich geschaut hat, Kevin Trapp macht einen Abschlag. Und dann macht er Ah! Sah nicht gut aus. So oder so. Auf jeden Fall gute Besserung an Kevin Trapp. Unser Mann hier, das ist Lennart. Der hat nämlich das gemeldet. Und nach Bildinformationen handelt es sich hier konkret um eine Faszienverletzung bei Kevin Trapp im rechten vorderen Oberschenkel. Der wird bis zur Länderspielpause ab 7. Oktober nämlich ausfallen. Und deswegen ist Kawa der Mann. Das ist deine Chance, Junge. Und er bewirbt sich jetzt schon mit Artu Bolo als Torwart mit dem coolsten Look. Der Look ist gut. Und das Lob, das ist noch besser. Er hat es sehr gut gemacht. Ist ein Torwart, der sehr mutig agiert. Das sagt Topmüller hier mit dem Lob und Krösche. Und er füttert das mit brasilianischem Selbstbewusstsein und seine unheimliche Ruhe. Er ist auf jeden Fall jetzt der Mann. Leute, überall einpacken, wo es geht. Ich habe den durch Zufall bei Comunio vorm Spieltag nämlich gezogen. Deswegen hier auch ein bisschen mein Glücksflex noch hier nebenbei. Der geht gerade überall durch die Decke. Comunio zeige ich euch hier mal. Schaut euch mal, wie der hier steigt. War bei 160.000 und der geht jetzt hoch auf 410.000, 660.000 jetzt schon. Also Comunio auf jeden Fall und bei KickBase wird das analog dazu laufen. Auf jeden Fall grüße ich hier auch nochmal kurz meine Jungs. Das ist die West Side und damit geht es auch direkt mal weiter. Note 3,5 und versehen absolut hier mit einer Kaupppflicht. Kawa Santos bei der Eintracht. So, meine Nummer 4, das ist Vincenzo Grifo und er entwickelt sich gerade wieder zu einer richtigen Big Gun. Fragt im Bild auch an. Soll ich kurz das 1-1 einleiten. Naja, da mache ich das eben mal. Mustergültiger Schnittstellenpass. Ich bin ja immer noch dafür, dass man bei KickBase den Pass des Zerstörers mal hier jetzt in die Punktesysteme reinschleust. Da hätte er auf jeden Fall verdient gehabt am Wochenende. Das war nämlich so einer. Und mein erster Punkt, der hat durchgespielt. Also der sieht wieder mal endlich diese ganzen 90 Minuten und das ist ja Musik in den Manager-Ohren hier von uns und der ging sonst immer oft auch zur 60. raus. letzte Saison nur 6 Bundesliga-Spiele durchgespielt. Das sage ich wahrscheinlich morgen auch nochmal. Und ja, der ist wieder in seinem richtigen Game-Changer-Modus angekommen. Top Statistik auch dabei. 6 Torschussvorlagen, 3 kreierte Großchancen, 4 Schüsse aufs Tor. Ist er überall top in den Kategorien. 4 von 5 Schüsse aufs Tor angebracht. Eine gute Schussschärfe auch. Und ja, Pässe 87% und 2 Kämpfe in Tacklings 50%. Also auch eine absolute Stats-Maschine aktuelle und er hat keine Mehrfachbelastung. Auch das ist richtig cool und das sollte seiner Frische auch zugute kommen. Ja, der wird jetzt auf jeden Fall so weitermachen und wenn da nicht mal das Telefon bald von Luciano Spalletti klingelt, dann weiß ich auch nicht. Note 1,5. Grifo ist back und wie beim 1 zu 1 spielt er den Pass jetzt rein. Auf die Nummer 3 und das ist Junior Adamu. Das ist mein Gewinner hier auf Platz 3 und wie der sich da freut bei seinem Treffer. Also sorry, aber da geht mir das Herz auf. Geiler Typ. Richtig geil. Lässt da auch die Eckfahne zappeln mit einem Kung-Fu-Sprung. Habe ich auch so noch nie gesehen. Und er war im Freiburg-Check als Gewinner der Vorbereitung beschädigt. Seine Form hier mit einem Doppelpack gegen Bochum. Ja, rettet da noch das 0-1, rettet sich da noch raus, rettet da alle Freiburger noch auf die Siegerstraße und der war überall. Ich habe mir mal die Heatmap angeguckt. Der war überall. Der war links, der war rechts, der war in der Box, der war outside the Box, also Zone 14. Das ist quasi die Zone quasi vor dem Strafraum. Auch da war er zu Gange. Ein sehr aktiver Spieler, einen hohen Aktionsradius und sehr variabel, wenn wir schon sehen, der ist überall quasi im Surrounding, ist er da. Eine sehr ganz coole Beobachtung hier von mir. Und ich lege mich fest, Freiburg hat wieder einen Knipser. Ich hatte beim Kick-Bass-Guide vor der Saison habe ich als Hot-Take 15 Tore, er war mein Hot-Take, 15 Tore prognostiziert und kann ich ja hier mal reinsteigen, sonst glaubt es wahrscheinlich keiner. Und dann mein Hot-Take, das ist Adamu schießt 15 Tore. Geil, auch seine Note, seine Ligaanzider-Note von uns bekommt er die 2,0. Und ja, meine Picks vom Freitag, die waren echt gut. Das weiß auch Klatzo, 45, Gruße an den Bro auf jeden Fall, blende ich hier mal ein. Der fragt mich, ob ich Hellser bin. Zoom mal hier ein bisschen ran auf meine Augen hier. Also Klatzo, die Tarot-Karten, die lege ich dir gleich. Platz 2 ist nämlich Renaud, den hatte ich Freitag, den hatte Freitag doch noch irgendwer gepickt. Mein Pick aber, der kommt von Union Berlin, Frederik Renaud, die dänische Katze. Yes, sir. Und von den Picks ist straight, von den Freitag-Picks hier straight in die Gewinnerzone. Gewinner von diesem Spieltag 3 ist er auf Platz 2. Die dänische Katze mit der Elfmeter-Parade kurz und sterblich gemacht hier in Berlin. Und ich habe den Stairdown mitgebracht nach dem Elfer für euch. Openda auch direkt weggelaufen, wäre ich auch an seiner Stelle. Und an alle, die Union Defense aufgestellt haben, strong. Da klatsche ich mal hier die 5, die High Five hier ab. Faktor 1, Punkt 1 ist natürlich die Elfmeter-Parade. Ich habe weiche Faktoren, habe ich mitgebracht. Er hat die Dänen-Power. Er ist nämlich Däne, Neu-Trainer. Bo Svensson ist Däne. Und die Spätverpflichtung noch vom Deadline-Day. Roberts Go, auch der ist Däne. Also ich würde denken, er hat hier ein richtiges Wohlfühl-Gefühl, wenn er hier mit seiner ganzen Dänen-Power hier ankommt. Das ist wie so ein dänisches Wohnzimmer, dass er sich da irgendwie reinlegt. Und das wird auch ihn bestärken. Und Union zu alter Stärke habe ich auch notiert. Die Defensive, die hält wieder. Renault ist ein ganz großer Bestandteil von der Defensive. Ein Gegentor aktuell. Und damit ist er der beste Torwart gemessen an den Gegentoren. hat die wenigsten und er hat auch die Note 1,5 eingesackt. So, wir kommen zu den Honorable Mentionen. Just Another Day at the Office. Florian Wirtz, alles gut. Hoffenheim, komm, schieße ich auch noch einen rein. Note 2, Bonnie Face, auch wenn er beim Jubel schon wieder zu viel TikTok geschaut hat. Der Büffelbruder ist back, auch eher richtig stark gemacht. Und Note 1, anders geht es bei ihm auch nicht. Auch da mit zwei Hütten. Und Harry Kane meldet sich zurück, meldet sich auch an für die Torschützenkrone. Krone haben wir ihm hier auch schon mal aufgesetzt. Drei Buden in Kiel und guck mal ins Gesicht von ihm. Der hat, glaube ich, ein bisschen was vor diese Saison. Auf jeden Fall sehr, sehr heiß. Und damit kommen wir zur Nummer 1 vom Spieltag und das ist kein geringerer, ich kann euch nicht hören, das ist Karim Adijemi und er schreibt wieder Schlagzeilen. Und zwar als Fußballer bei der U21. Da hat er mal in zwei Spielen fünf Tore gemacht. Er ist richtig heiß, der Junge. Und er ist vielleicht wieder in seiner alten Form angekommen von vor zwei Jahren. Ich habe es mal hier vorm Comeback habe ich mal geschrieben. Zwei Tore hier im Doppelpack-Style garniert noch mit einem Assist auf Donnie Mahlen. Die haben da einfach nur gezaubert, da die Dortmunder auf dem Freitag. Freitag der 13. Für die Heidenhammer, wirklich bestätigt. Und mein Pick am Freitag, das war Sabitzer, der war nämlich von unserem Datenanalysten Hubi, der hat mir nämlich geflüstert, offensives Mittelfeld, linkes offensives Mittelfeld gegen Heidenhammer. Das passt sehr gut. Das ist die Schwachstelle. Könnt ihr euch auf einen geilen Artikel freuen von Hubi. Da kommt die Tage. Ein richtiger Monster-Artikel. Und linke Seite war da aber nicht Sabitzer zu finden, sondern Karim Adijemi. Der hat die Schwachstelle ausgemacht, hat die dann für sich genutzt und deswegen auch richtig geil. Mein dritter Punkt und das ist, dass er sich jetzt erst mal festgespielt hat. Ich kann mir gut vorstellen, denn BVB braucht jetzt den nächsten Flow. BVB braucht jetzt diese Siegerstraße und er wird auf jeden Fall ein Prunkstück davon sein, in den nächsten Spielen vorne links zu finden. Und er ist für mich der Gewinner des Spieltags. So Leute, das waren die Gewinner und morgen kommt ein richtiger Kracher. Ich war nämlich gerade in der Aufnahme mit Kickbase-Guy Tobi. Den kennen hier vielleicht schon ein oder andere aus dem Kanal hier. Der war letzte Saison auch oft zu Besuch und ich musste die Einladung wieder aussprechen. Also, der ist morgen dabei, deswegen unbedingt einschalten auf den Dienstag. Wir machen morgen das Game Changer Ranking und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen heißen Wochenstart und verabschiedet mich mit Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.